Das ist Patricia. Sie wohnt in einem schönen Haus im Grünen. Doch etwas trübt die Idylle, denn vor wenigen Tagen ist die Heizung ausgefallen, das Waschbecken tropft und zu allem Überfluss läuft die Solaranlage seit dem Sturm nicht mehr wie sie soll. Patricia benötigt also dringend einen Handwerker. Leichter gesagt als getan. Entweder haben die Handwerker keine Zeit oder brauchen ewig, um ein Angebot zu verschicken. Doch die Angebote und die Qualität der Handwerker sind schwer zu vergleichen. Einige Handwerker sind unzuverlässig, kommen zu spät oder gar nicht. Und wenn sie endlich da sind, stimmt die Qualität nicht immer. Doch es gibt auch gute Handwerker. Hier kommt Meisterliste ins Spiel. Mit Meisterliste findet Patricia die besten Handwerker in der Nähe zu einem fairen Preis. Innerhalb von zwei Minuten wählt Patricia aus, was sie braucht. Sie erhält sofort mehrere individuelle Angebote, ganz ohne Wartezeit. Meisterliste erstellt für seine Handwerker die Angebote ganz automatisch. Das spart dem Handwerker viel Zeit und Geld und Patricia wird schnell bedient. Anschließend wählt sie aus verschiedenen Dienstleistern das für sie passende Angebot aus. Für Patricia ist die Qualität und Zuverlässigkeit das Wichtigste. Sie achtet aber auch auf schnelle Verfügbarkeit. Und natürlich sollten die Preise fair sein. Patricia entscheidet sich für den Handwerker Schulze. Er ist zwar nicht der Günstigste, aber er hat eine gute Bewertung und kann sofort loslegen. Die Projektabwicklung hat sie voll im Griff und ist jederzeit bestens informiert. Handwerker Schulze bekommt somit die wichtigen Entscheidungen, die er für die Umsetzung braucht. Somit wird das Projekt schnell und wie geplant erledigt. Patricia ist begeistert. Und Handwerker Schulze freut sich über die gute Kundin, die seine Qualität zu schätzen weiß. Zuverlässige Handwerker zu fairen Preisen. Meisterliste.